Hallo Leute, ich bin's wieder, der Couchian. Hier ist der neue Part, ähm, das neue Let's Play vom Jahr. Super Mario Land 2, The Six Golden Coins. Es geht los. Okay, äh, hier habe ich irgendwas angefangen, keine Ahnung warum. Äh, zerstören. Bam, okay. Ich nehme mal B in die Mitte. Und so fängt unser erstes Let's Play an. Äh, von Mario. Kann ich nicht reihen? Oh, ich kann. Und hier kann man die Gumbas incomplete erkennen. Und du, guck mal weg mit dir. Bam, äh, Pilz, ich bin jetzt 13 cm gewachsen, super. Kann höher springen, super. Äh, kann nicht da rein? Ja, ich kann da rein. Und es gibt Münzen für mich. Super, ich gebe mir Münzen, gebe mir Münzen. Oh nein, oh nein, ich kann da nicht raus. Äh, 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 äh. blutende der die wir stehen jetzt als ist es geil wie ein abliegender bahn nein das ist die schlechteste kommt der zeit scheiße das war knapp die 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 scheiße ein leben dazu die gibt es immer noch herzen keine eine abbildte mehr schade und gespeichert scheiß drauf ein pilz eine feuer blümer Ich habe jetzt einen Fehler auf den Kopf bekommen Leben dazu, danke Und Gumba getötet, Pflanze auch, super Und Gumba auch Und ja, Hyperspeed ist am besten Äh, ja Ja, und Ja Ja Ich glaube hier werde ich schneller fertig Okay, okay Ja, drei Herzen, Männer Das Let's Play ist geil Ich finde das jetzt schon Okay, jetzt könnt ihr aussuchen, wer hingehen wollen Ich gebe mir erst Bäume zerstören Ich bin ja so ein Umweltverschmutzer Trison, die erste Welt Ich kann mich erinnern, das gab es auch mit Farbe, oder? Äh, okay Okay Oh nein, Frösche, nein, Frösche Okay, Frösche Okay, Frösche sind das nur Wieso? Ey, scheiße Was ist das denn für ein Macker? Sonic die Egel, oder was? Du Bastard Da ist bestimmt ein Pilz drin Eine Feuerblume Und tickt nicht aus, Sonic Ey, wie leicht ist das denn? Ey, ich glaube ich habe das in sechs Parts durch Oder weniger Scheiße Oh nein Nein Ja, Mann Ich muss die ganzen Weg zurück Mann, das waren jetzt meine sechs Parts Dö, 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 dö Fick dich Äh, fick dich Ey, lass mich durch hier Ach, das war meine sechs Parts Okay Okay Ey, das wird langsam eintönig Und die Glocke auch noch getroffen Supi Dö, 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 badam, bam Okay, 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 okay Ich weiß das, das ist ein Glücksspiel Ach, fick dich Fick Oh, oh, ein Pilz Super Und Mäuse in der Mitte Okay Okay, das haben wir geschafft Trison 2 Das gab's doch bestimmt mit Farbe Das weiß ich da, oder? Oder irre ich mich da Oh, eine Muku Oh, eine fliegende Muku Äh, nein, eine schwimmende Ach, keine Ahnung, was das ist Äh, oh, fick dich, Muku Fick dich Oh, scheiße Ich, deswegen hasse ich dieses Level Du scheiß, Muku Verpiss dich Was sind das? Wir geben, äh, glibberige Teile hier Wartet Okay, es geht weiter Äh, okay Oh nein, da rastet ihr aus Wartet Okay, es geht weiter Oh, oh Achso Achso Okay Ich muss da in diesen glibberigen Teile da In dieser komischen Wichsbrühe Da drin bleiben Tut mir leid für den Ausdruck Aber das sieht wirklich aus wie Wichse Und für die Deut Ach, für die Leute, die nicht wissen, wie Wichs aussieht Pech gehabt Äh, da sind sie jetzt keine richtigen Männer Oder die hatten das noch nie getan Aber egal Äh, mir ist es egal Mir ist es total egal Ich will hier weiterkommen Ich will das in 10 Parts durchhaben Oder weniger Und Roll Und nein, das war jetzt ein Fehler Und wieso rede ich so anders Fick dich Okay Mario kann schweben Äh Ah, okay Ey, kann ich da durch? Nein Kann ich bestimmt nicht Ach, fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Ey, wo bin ich jetzt? Oh, fick dich Oh, scheiße Egal, ein Leben dazubekommen Das war es wert Aber ich wusste es nicht Äh Okay, wo komme ich hier hin Wenn ich da weitergehe Achso Äh Ach, ich will da ran Ich will da ran hier Ey, ihr wollt mich hier verarschen, oder? Fick dich Mach, ich wollte die Glocke treffen Jetzt kriege ich keinen Bonus, oder? Ja, keinen Bonus Okay, da sind Bienen Und da sind In der linken Seite sind Ameisen Okay Schillige Musik Und eine Raupe Ich kann nicht weppen Oh nein, Bienen Ich hasse Bienen Die Nerven Und keiner mag die aussehen Oh, scheiße Ihr wäre fast da reingeflogen Was ist das für eine Erbogen, Mafia-Biene? Mafia-Biene Super Mafia-Biene Ich glaube, das sollen diese Steine darstellen Du erster Hurensohn Der hat mich zum ersten Mal getötet Du Huren Und der Boss sieht man schon da oben Warte Okay, es geht weiter Ah, ah, okay Wieso kriege ich da jetzt Okay, ich verstehe es nicht Aber trotzdem Eigentlich muss man jetzt einen Pilz bekommen Aber egal Ist besser für mich hier Ich laufe jetzt nur durch Ich will nur Münzen haben Lauf, Mario, lauf Oh nein Stirb Ach, die kann man auch nicht so leicht töten Wie bei diesen anderen Spielen Ach, fick dich Fick dich, Mafia-Biene Ey Ich hab doch hier Kopf nur getroffen Was ist los mit dir? Oh nein Ich sehe jetzt schon kommen Das wird ekelig Das wird einfach ekelhaft Okay Ich laufe einfach hier durch Okay, ich glaube, das hat nichts gebracht Äh, alle Okay, nur durchlaufen Nur durchlaufen Das Bäm Geschafft Und nein Wir machen alles hier in diesem Level Ich werde diese Ich will diesen Wald komplett zerstören Und wieso gibt es hier Riesenameisen Und das Garabon Garabon, wo ist Ash? Du hast wieder Ach, scheiße Oh, scheiße Oh nein Piranha-Pflanzen Die Feuerbälle spucken Und der hat mich getroffen Der Hurensohn Du Bastard Fick dich, warte Okay, es geht weiter Okay Und wir haben noch zwei Minuten Da müssen wir uns sehr viel beeilen Und Scarabon Du hast Ash Ach, du hast Ash verraten Zum wievielsten Malen war das denn? Keine Ahnung Aber sehr oft in diesem Spiel Und Scheiß Piranha-Pflanze War pissig Und Münzen Und das da Und scheiß Piranha-Pflanze Fick dich, du Scheiß-Pflanze Mann, ich hasse diese Pflanzen Ich hasse die einfach Wenn die ihre Feuerbälle spucken Und keiner sie will Und Ach, ich dachte, wir kriegen das noch nicht Und Megasprung Und eine Fliege mit einem Zahn Okay, das Gegner-Design ist zu witzig, aber So ist ein Maro-Spiel Das ist immer so witzig, das Gegner-Design Und Und Komm her Und du scheiß Ameise Verpiss dich Wartet Okay Leute, es geht weiter Und Äh Gleich Gleich muss ich die Aufnahme hier beenden Und Wir sehen uns im nächsten Part Denke ich jetzt mal Und dann sind wir hier, ist klar Und wollen dann ja weiterkommen Und wie immer Und da sehen wir wieder komische Fliegen, glaube ich Und alles mögliche Und Ich rede zu viel Und berne lieber dir ab Und berne lieber den Part Und tschüss Und 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 Und